Hallo, ich bin die Ella. Hallo, ich bin die Nele. Und wir melden uns heute zum letzten Mal von Lukas' Kinderfilm festgelegt. Gestern war die Preuß verleiht und heute werden die ganzen Fliegerfilme noch mal gezeigt. Deswegen ist es jetzt für uns an der Zeit, diese Woche mal Rügel passieren zu lassen. Mir hat die Woche super gut gefallen. Wir hatten super viel Spaß. Wir haben tolle Filme gesehen, haben sehr interessante Menschen interviewt und ich finde, sie waren voller Erfolg. Ich fand die Woche auch sehr schön. Ich habe sehr viel Interessantes gelernt und sehr tolle Eindrücke bekommen und alle Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren sehr freundlich und nett. Es hat einfach sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, es war ein toller Erfolg. Mir hat das Interview mit dem indischen Regisseur am meisten Spaß gemacht. Ich fand, er hat super gute Antworten gegeben, sehr interessante auch und man konnte einfach gut mit ihm über den Film reden. Wenn ich mich jetzt entscheiden sollte, was ich am besten fand, also es geht gar nicht, weil die ganze Woche war ein Highlight, aber am spannendsten ist natürlich die Preisverleihung. Alle Filmschaffende sind noch mal da, man kann sich unterhalten und alle Leute sind einfach locker. Das war es für heute und vom Lukas 2012. Gleich sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss! Tschüss!